Dann sprechen wir jetzt mal mit Radius. Ich habe Glück, euch einmal ein Cezus zu haben. Ich will immer sagen, wie es liegt. Ihr wisst, in den Schatten erwachsen seltene Dinge. Die Feinde des glücklichen Cezus haben sich zusammengeschlossen, um den TKC ein Ende zu betreten. Dem was? Jungmann muss besser aufpassen. Den Tag des kulturellen Erbes Cezus, kurz CKC. Ein zweiter Hinweis darauf, was sich hier vor sich geht. Zwei Wasser aufhängesessen und verstopft. Solange die Gitter verstopft sind, können die Fontäne nicht gefeist werden. Kümmer euch darum, Galliat. Wie immer nehmen das, Falkus. Kein Problem. Liegt eh auf unseren Wege. Bei den Schönheitsbewerben, ich helfe mir wirklich aus dieser Glemme. Kümmer League. Okay, jetzt kommen wir da rüber. Das geht nicht. Dann müssen wir hier rein. Dann hier wieder rum. Hier rüber, hier rüber. So, und hoch. Hopp, hopp. Ah. Du bist dran, Obelix. Hopp. Hopp. So. So, ich bin hier rüber. Ich hoffe, er ist bleib da. Ich weiß, es sieht so aus, dass er da bleibt. So, jetzt können wir hier wieder runter. Oh, da wieder was. So, was ist hier oben versteckt? Okay. So, jetzt sind wir hier. So, das ist derart ... . Ah Ha Zwei Zwei Komisch. Komisch, komisch. Du bist dran, Obelix! So, das haben wir fertig. Du bist dran, Asterix! So, umändern. Und hier rüber. Hier umändern. Da ist nichts. Und wie muss ich... Was ist denn hier los? Hm. Da muss ich wieder hoch. Das heißt... So. Hier rüber. Brauche ich den, aber klein. Hier rüber. Hier rüber. Hier rüber. Hier rüber. Nicht da lang. Hier rüber. Hop. Du bist dran, Asterix! hier hinten war ja ein eingang was war denn das denn ach so ok da kommen wir noch nicht lang oder ich weiß nicht wie was warten und ich weiß nicht wie man das macht oder wir müssen warten es gibt caesar wo caesar ist lang zum zentralen platz und versuche unterwegs die gärten zu säubern aber gerne im garten macht hungern findest du nicht asterix wir machen mal ein anderes mal picknick obelix so ich bin alle im ruhestand und habe ich sogar mit dem spiel teilgenommen ich habe eine nach bildung der europäischen fackel mit schritten aber wie das finden ich hoffe jetzt nicht seit hast du schon gehört wir haben wir werden mein weiter sind die texte echt zu lang nein 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 jetzt weiß ich wie es geht nicht so nein 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 Na einmal versuchen. Es ist tierisch nicht so schwer, aber wir haben uns glaube ich so doof angestellt. Wenn ich das so mache, dann habe ich ein bisschen mehr Zeit. Einen Versuch. Einen Versuch. 20 Minuten später. Ja nur ein Versuch. Einen Versuch. Oh na. Egal. Doof, aber... Nein! So, was macht da? Du bist dran, Obelix! Erinnerst du dich daran, Asterix, als Cäsar eine Spielstätte mitten in Rom hat bauen lassen? Hm. Doch, ich erinnere mich. Das war wirklich ein großer Qual. Das weiß ich auch noch, das war der zweite Teil. Oh, Cäsar. Ja. Du bist dran, Asterix! Und die europäischen Spiele dann... hingebrotet. So, dann kann ich hier... Nee. Wieso? War eigentlich das Feuer da? Fang ihn, abwackeln. Hm. Ah, da geht man auch vorbei, okay. Okay. Was macht der Schalter? Der Schalter macht es runter. Okay. Okay. Da kommen wir nicht mit Obelix dran. Oder? Nee. Schade, schade. Nee, kann ich den nicht aufnehmen. Hm. Was macht der Schalter wieder? Ach. Nichts. Oder? Aufgehen, weiter! Ach. Ich war ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bom, 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 bom. So, jetzt haben wir die Axtrex hier unten. Nein. Mit denen wollen wir noch nicht wilden. Einen Gigaangriff verbessern. Einen Healkränke auch verbessern. Und automatische Wiederherstellung auch verbessern. Dann müssten wir theoretisch jetzt alles haben, oder? Axtrex haben wir alles, Obolix haben wir alles, Winkelstein haben wir alles. Und da ist eine Mission. Und hier ist wieder ein Schalter. Du bist dran, Axtrex. Und so hoch, so hoch, so hoch. Woop, woop, woop. Was halt so hoch? Okay. Ja, ja, ja. Ich habe Hunger, Asterix. Sollen wir nicht ein kleines gallisches Gasthaus oder eine römische Taverne aufsuchen? Jetzt nicht, Obelix. Da ist nichts. Hier ist auch nichts. Oh. Hm. Hier ist das Level irgendwie sehr lahm. Das ist auch sehr ruhig, also. Das, was mich immer noch ein bisschen stört, ist, dass man nicht springen kann. Aber ich finde eigentlich springen, macht cool. Aber hier wird man zugeknallt mit Helm. Dass man wirklich alles kaufen kann. Wo war die Mission? Hier ist die Mission. Oh. Du hast ein Problem, alter Mann. Ich war mit Sarius und bin befreundet. So ein Glücksbild, oder? Als nächstes. Er muss noch nicht mal einmal verlassen. Oh. Was ist diese Texte? Keine Sorge über immer. Mein Freund und ich allen zu Hilfe. Hä? Ja, das war ein schöner Kopf. Hä? Ah. Es ist wirklich nicht der Moment zum Klanschen. Na! Jetzt bin ich ganz nass. Bitte? Wieso immer noch im Wasser? Du bist dran, Obelix. Das Wasser ist... Alter. Jetzt ist wirklich nicht der Moment zum Planschen. Jetzt weiß ich, warum es so schnell ist. Aber ich habe heute Morgen doch schon. Nee, ich kann gar nicht die T-Mission. Nee. 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 Ich habe hier irgendwo noch eine Tür gesehen. Ich habe hier irgendwo... Hier war die Tür. Ich muss kurz warten, dass das Feuer rüber geht. Und... Also, wenn ich jetzt... Na, keine Ahnung. Das mache ich jetzt wieder. Warte, 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 warte. So, hier ist das Ende des Let's Plays. Ähm, im nächsten Tag geht es weiter. Und, ähm, ja, wenn ihr es noch nicht gehabt habt und noch nicht gemacht habt, dann, ähm, versucht mich einfach bei Twitch. Lass mir einen Follower. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich wieder live gehe. Und, ähm, wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis dann mit. Ciao, ciao. Ciao.